Liebe Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, am nächsten Mittwoch wird das westfälische Münster für fünf Tage zum Nabel der katholischen Welt, zumindest in Deutschland. Zum 101. Katholikentag werden viele tausend Gäste aus allen Teilen des Landes erwartet. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist selbstverständlich mit einem eigenen, neugestalteten Stand und voller Besetzung vertreten. Zu den rund 1.000 Veranstaltungen während der fünf Tage zählen unter anderem ein Podium mit unserem Weihbischof Matthäus Karrer zum Thema Ehrenamt 4.0. Eine weitere Diskussion mit mir und anderen über unseren Diözesanpatron, den heiligen Martin von Thur. Dann bieten wir noch weitere Veranstaltungen an, wie Sinnsucherwerkstatt, Beten mit dem Smartphone, Schmieden für den Frieden, Journalismus in Zeiten von Hass-Mails und Shitstorms, Werkstatt Espresso Church, Familienkatechese, Gottesberührungen auf dem Weg zur Erstkommunion und natürlich viele gemeinsame Gottesdienste, in denen wir Katholiken unseren Glauben feiern. Alle, die vom 9. bis 13. Mai in Münster sind, lade ich ganz herzlich ein. Schauen Sie unter dem Motto Have a Break am Stand der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf der Kirchenmeile am Schlossplatz Nord vorbei. Sie sind uns dort sehr willkommen. Unser neu aufgestelltes Medienteam wird nicht nur tagesaktuell in großer Breite vom Katholikentag in Münster berichten, sondern hat für Sie alle bereits im Vorfeld die Höhepunkte im Programm zusammengefasst. Darunter auch den ganz eigenen, besonderen, persönlichen Tipp. Schauen Sie einfach mal auf die Website unserer Diözese und den Auftritt speziell zum Katholikentag. Wir sehen uns in Münster. Ich selbst werde übrigens am 10. Mai 1630 an unserem Diözesanstand sein.